Moin Moin Tanierlöchen Leute und Willkommen zu einer kleinen SG-Runde mit Gräbitzers Hattest du was? Alter, ich hab fucking immer nichts bekommen, komm raus hier Ich hab Fleisch Okay, wo bist du? Wo bist du? Ich bin rausgerannt Okay Ich bin irgendwie da wo wir standen und da in die Richtung bin ich raus Ich hatte Panik als ich nichts gekriegt hab Oh komm, hier sind Häuser, hier müssen doch Ja, immerhin bisschen was Okay, geil erstmal Fettfallschaden bekommen Nein, auf mich schlägt mich niemand, ich möchte nicht geschlagen werden, Leute Ich versteck mich nur aufs Schlagt alle die Bubble Ach das ist noch ne Kiste WTF, was hab ich denn nicht gesehen, nice ich hab ne Eisenachs Die Blubberblase platzt Bringt die Blase zum Platzen Wo bist'n du jetzt? Unten, äh, hier ist so ein Feld Ich hab ne Holzachs, ja super, das ist schon mal gut Also, unten ist schon mal eine sehr genaue Angabe Ist schon mal gut zu wissen, dass du unten bist Oh Mann, ich bin doch so ertschilt Ich darf überhaupt nicht lachen, hier ist so ein Feld und hier sind so ganz viele Häuser Ich seh dich, bin hinter dir, ich komme Hinter dir ist noch einer What? Ja, ich glaub da steckt dich nicht, der hat gar nichts Siehst du den da oben? Hä? Siehst du den? Auf dem Dach? Ja Das soll kaputt machen Okay, warte, hier ist noch ne Kiste, ich hab noch Kekse und Schuhe Ich zieh kurz die Schuhe an, jetzt können wir Hä, ich kann den nicht schlagen, ich komm nicht dran Uncool Sonnig, was ist denn los? So, der muss auf deiner Seite jetzt runter Der ist noch oben drauf, der ist noch hier oben drauf, du Ja komm, ey komm, lass den wir den Hast du Nahrung? Ich hab nen Keks, ja Oh, okay, warte, da hinten war bestimmt noch keiner an der Kiste Da war echt keiner an der Kiste Nice Nee, das esse ich noch nicht Ich hab nen Holschwert Und ne Eisenachs, ich benutze die Eisenachs, ich glaub sie ist gefährlicher aus So, ich bin jetzt erstmal hinter dir Ich hab nen Kompass, Pfeile Komm, ich geb dir ne Kappe Ich hab selber ihn schon Ich hab schon Zieh an Was hast du mir für eine hingegeben? Äh, Leder Oh, nice Oh, nice Da können wir nur Workbench, ich hab 5 Weizen Hast du auch noch eins zufällig? Nein, ich hab 6 Weizen Nee, ich hab keinen Weizen Aber ich hab Pfeile Okay Oh, von der hinten kommt das Eis Wir sollten, wenn wir hier lang wollen, jetzt schnell machen Wohin, was? So, da oben kommen wir Da hinten kommt Eis Also das ist um die Map so ein bisschen einzugrenzen Mit der Zeit Alter, ich hab Kettenstiefel Hier oben war irgendwie keiner Nö, hier unten ist noch ein Haus Brauchst du einen Hanisch? Äh, nö, hab ich Alter, okay, das gab jetzt mal Fettessen Das gab viel zu essen ihrer Mann oder der Leander